Mr. Flacco Hä, ich check's bloß irgendwie grad nicht Ehrlich gesagt Hä, darf ich auch nicht berühren, mein Gott Wie soll das denn funktionieren? Ich weiß es nicht So, ja Und jetzt Ha, 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 ha Ich weiß es noch nicht Ich weiß es noch nicht, Leute So, jetzt wird er eingezogen, was passiert dann? Gar nichts Lustig Also, total unnütz So, nochmal weg Also da wird das eingezogen Geld soll da eingezogen werden Wir müssen doch erstmal dieses Zwei Tonnen Dingens hier runterkriegen Bloß wie Können hier auch noch hoch Ah, okay Hier ist schon mal was Da können wir einen hin machen Hä, passt aber nicht durch Oh toll Scheiße Wieso passt das da nicht durch Das macht schon wieder meinen ganzen Plan zunichte Scheiße, ey Was ist, wenn wir da durchmachen mit Luft? Geht auch nicht, ne? Scheiße Kacke Das macht meinen ganzen Plan wieder zunichte Wieso kann das nicht funktionieren? Scheiße Mist Wie soll es denn sonst Ach komm, Leute Wir gucken nochmal, ey Mein Gott Ist das immer scheiße Also runterspringen Das ist ganz klar Ja Hä, was soll das denn sein? Luft oder nicht? Mit Luft Keine Ahnung Irgendwas machen Dann da hochspringen Ja Ja, dann Auch mit Luft Und dann Dahin Achso, Elektrizitätsdingens Ja Und dann Das Dingens Hä? Äh, ja Keine Ahnung Versteht noch nicht so ganz Aber mal schauen Irgendwie wird das wohl klappen Also Da einer hin Mit den Elektrizitätsdingens So Dann da rüber Zack Da auch einen hin Den mit Luft So Dann wieder zurück Da raufspringen Komm schon Spring rauf Und dann geht's los Zack Dann kommt der rüber Holt sich das Geld Aha Und dann Bäm Und Bäm Ah, ja Alter Da wäre ich doch niemals drauf gekommen Alter Ohne Witz Und ich sag zu oft Alter Aber echt mal Da wäre ich doch niemals drauf gekommen Ist ja brutal So Hälfte haben wir hier Sehr schön Und jetzt ins Labor Ich friere es am liebsten immer Ja Das ist am besten Das ist am besten Na Michelangelo bin ich nicht Sieht schon besser aus Sexy So 75% Jo Nice Checkpoint Oh jetzt kommen wir hier Jump and Run Einlagen Ich sehe es doch schon kommen Da oben dürfen wir nicht Gegenspringen Da müssen wir aufpassen Oh knapp Nein Boah Digga Boah Okay Nicht geschafft Also Doppelsprung können wir da glaube ich nicht machen Das ist zu riskant Weil dann springen wir nämlich oben gegen Wahrscheinlich Schätze ich mal Doppelsprung geht hier gar nicht Komm schon Boah Ganz knapp Oh gut Da könnte ich eigentlich Doppelsprung machen Weil Das seht ihr gleich Da ist An einer Stelle Kein Laser oben Also das könnte klappen Ach Macht er aber nicht mehr so Macht er nicht mehr wenn er schon auf Weg nach unten ist Mist Oh scheiße Voreingesprung Oh Bist du das Der Wegsteuer Boah Eben ich jetzt Mann Komm schon Nicht abgefrocken Den Sprung zu schaffen ist echt Heftig Also Ist schon Eine Herausforderung Den schafft man so nicht Den schafft man nicht Ist so Doppelsprung kann ich da auch nicht machen Scheiße Jetzt wollte ich schon Vielleicht mal Ohne hier in der Mitte stehen zu bleiben Einfach Hintereinander rüberjumpen Nein Oh komm schon Oh Digga Okay Ist ja gut Also nochmal von vorn Und diesmal Mitgefühl Ja willkommen zurück Kurzer Cut war gerade Weil das Telefon geklingelt Mein Vater hat angerufen Aber jetzt geht es Ganz gechillt weiter hier An dieser scheiß Stelle Vielleicht schaffen wir es ja Jetzt mal gucken Ach ich wollte schon wieder Rüber sprinten hier Komm schon Nein Diese Stelle Die rotzt mich an Transpond limits Möchtest du diese aus Vergessen und zum nächsten Gimitspringen kommen Ja man Ja Was wäre denn da Da können wir ein bisschen sehen Was da hinten war Ja eigentlich war es nur dieser Sprung Dieser Rottsprung Und dann Ja Von daher Ach du Scheiße Was geht hier denn Ach Oh Okay da war mal ein bisschen Zu schnell Ach scheiße Ach Leute Was ist denn los hier mit dir Ey Darf man auch nicht mal unten Diese Dinger berühren Ist ja wohl voll bescheuert Ah Kacke Kann man die nicht einfrieren Oder so Oh Kann man sogar What the fuck Ist ja Viel zu leicht Oh Ach scheiße Das muss man ja Oh man ey Bin ich blind Oha Ah Na toll Nein Oh War das knapp Na toll Das war ja wieder Na das ist Nur kurz warten Bis es wieder auftaut Hier So Gucken wir mal Was wir jetzt hinkriegen Ach du heilige Scheiße So Ganz vorsichtig So So Okay Oh oh Auch das noch Äh Komm Jawoll Oh Was macht der denn da Da brauchen wir Ach Ach du Scheiße Ne Können wir das nicht auch einfrieren Komm schon Geht nicht Was Scheiße Ah Ach shit Toll He 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 Wo war denn der Checkpoint Hier war keiner Ne Scheiße Sollen wir das denn jetzt machen Gar nicht Geht ja nicht Shit Ach Leute Wie ich es fest schon hasse Hier Mal durchwaschen Hier Geht ja so nicht Ah toll So können wir ja natürlich nicht springen Da müssen wir kurz noch mal warten Oh scheiße Ich dachte das Ding hin geht hoch Oh Mist Ey Ich brauche mal für so eine Pipi-Kacke Wieder so lange ey Das nervt Nervt mich Oh nein Oh Mann Oh Ja Komm Was wäre da noch gewesen Ja Nicht mehr Viel Es sei jetzt ein bisschen blöd Dass ich das hier alle mache Aber ihr seht ja Hier hat es ja Irgendjemanden auch mal geschafft Was ist hier Keine Ahnung Ja Rüberspringen Und jetzt Hä Hä Ja was soll das jetzt hier Ist doch easy So Locker weg Na Easy miese Leute Das war ja wohl ganz leicht Wow 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 Habe ich mich jetzt erschrocken Aber ganz ehrlich Oh wow 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 Auffassen hier Was für ein hübscher Bonus Oh das haben wir Sehr schön Haben wir wieder ein bisschen was Oh Checky Mackie Point Oh 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 Ich habe mich auch erwischt Scheiße So was jetzt Können wir nicht einfach so durchlaufen Ah Hilfe Okay wir müssen also oben lang Wie es aussieht Scheiße natürlich Das ist nämlich immer sehr riskant Also jeden dritten Eins Zwei Drei Okay Eins Zwei Drei So Okay Also hoch Oh was ist da denn Dann können wir doch auch hoch Sehr geil Haben wir wieder ein paar Sachen hier Eins Zwei Drei Oh Das geht ja wieder auf Wusste ich gar nicht Scheiße Kacke ey Das geht ja wieder auf Der Dreck Oh Das war jetzt nicht ganz optimal Aber geht noch Ah Scheiße Okay Das geht auch noch Zwei Drei Gut Geschafft Mein Gott Jetzt können wir runter hier Hei Hei Oh oh Wow Ah nein Dieser Banause Mann Toll Dann müssen wir es nochmal machen Oh ich krieg zu viel hier Leute Das ist ne Kacke Ach na toll Na die wollen mich doch alle verarschen hier Komm ich Spring ich lieber drauf Geht schneller Ohne Sitz Ja Tutorial hin oder her Ich weiß wohl wie das geht Aber Ich bin halt ein bisschen zu blöde Für sowas Oh na toll Scheiße Das ist doch wieder lustig hier ey Ist das ne Scheiße Leute Ach leckt mich Du alle am Arsch Komm Zum Kotzen Ich habe schon mehr Gelacht Wirklich Oh Das war jetzt aber knapp Du Also jetzt nochmal Concentration hier Also Eins Zwei Drei So Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei So Mein Gott ey Ist das widerlich So jetzt kam allein noch einer ne So haben wir Schießen wir schon mal voraus hier am besten Ach du heilige Kacke ey Ihr ahnt es alle nicht hier Leute Zwei Drei Können wir da so durchlaufen Ich weiß nicht Ich trau mich nicht So Checkpoint Und jetzt haben wir es geschafft Endlich oder was Oh endlich Leute Mann Da haben wir gebraucht Innen statt Erneut haben unverfrorene Räuber am herrlichsten Tag Zugeschlagen Das dritte Verbrechen in ebenso vielen Tagen Wurde zum ersten Mal von zahlreichen Augenzeugen bestätigt Ein Zeuge bezeichnete den Raubzug als total cool Mann und sagte eine derart unverbesserliche Tat können nur einer der größten Kriminellen aller Zeiten begangen haben Auf die Frage ob er es für möglich halte dass der neue Superbösewicht Vektor hinter den Verbrechen stecke reagierte der Zeuge beleidigt und stürmte davon Die Sicherheitsbehörden stehen vor einem Rätsel und rechnen mit weiteren vier oder fünf Einbrüchen bevor für diesen Meisterdieb das Spiel aus ist Hm 75% geschaffen Bang des Bösen Okay Die alten Racker Na gut Leute Würde ich sagen War es das jetzt mal wieder mit dieser Folge Und verabschiede mich hier Über Let's Play Ich einfach um verbesserlich Und euer Mr. Freako Also macht's gut Leute Bis zum nächsten Mal Ciao